Heute habe ich mal ein Thema, was eigentlich mit dem Pool selber gar nicht so viel zu tun hat. Und zwar habe ich unter anderem auch aufgrund von Anregungen aus euren Kommentaren oder aus den Kommentaren unter den Videos, die ich gemacht habe, gestern Abend mal mich dran gesetzt und meinen Kanal-Banner und das Kanal-Logo überarbeitet und auch ein neues Intro gemacht. Das Intro zeige ich euch jetzt gleich noch und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Feedback da lasst, ob euch das gefällt, ob der Style cool ist, ob das einigermaßen sinnvoll ist, was ich mir da ausgedacht habe. Also schreibt bitte fleißig Kommentare. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und ich sage schon mal Danke und Tschüss und jetzt kommt noch das neue Intro. Vielen Dank.